Hallo zusammen, begrüße euch ganz recht herzlich zum nächsten Trailerchen. Ja, einmal wieder, Gott sei Dank, so kann man es ja wirklich sagen. Auch eine schöne Predigt, das heißt natürlich aufgezeichnet, habe ich ja gesagt. Jakob zieht sich so ein bisschen zurück, aber ab und zu kommt noch was. Das ist wirklich allerliebst wunderbar, ganz, ganz klasse. Das fand ich echt eine schöne Predigt und habe da aber noch ein paar sonstige Randnotizen mit reingebracht. Auch den einen oder anderen Spiegel vom Gerald Groß. Und wer es dann am Ende noch gucken möchte, klar TV, gerne zu bestaunen, zu bewundern, anzuhören, anzusehen. Bei, na, wie heißt es so schön, bei VK, Bitchute, Odyssee, einmal getrailert bei Rumble, dreimal YouTube. Ja, und dann überlegt euch, ob ihr da eure Lebenszeit für preisgeben wollt, opfern wollt, um die Predigt zu hören, um die paar Randnotizen anzuschauen. Macht's gut, gute Woche, tschüss.